Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußballmanager20. Ja, letzte Folge, naja, sehr enttäuschend. Warte, wie sieht die Form aus? Ach du, ach du Scheiße. Also ich weiß nicht, ob ich... Auch wenn Neuer eigentlich ein Topkeeper ist, bei der Form will ich ihn jetzt hier ehrlich gesagt nicht spielen lassen. Ach, schauen wir uns mal nach. Manu wieder fit. Erstmal erfreut sich auf, dass er in der Kommission hier ging. Kann guter Sebastian mal in der Halle? Mensch! Dann würde ich sagen, ich nehme mit dem Autospielzeit. Ach, komplett schief in der Hand. Unsere Reserve fielte einseitig in Viktoria-Köln. Das ist der Mann. Fui. Oh Mann, wird ausfallen. Ach, okay. Und das haben wir mehr oder weniger schon. Wie sieht's eigentlich bei unserer 2-Mann-Sprosse? Also wir haben hier ein ziemliches Buch, muss man sagen. Die beiden sind jetzt schon am Anfang der Saison verfügbar. Die beiden sind jetzt schon am Anfang der Saison verfügbar. Die beiden sind jetzt schon am Anfang der Saison verfügbar. Dann würde ich sie irgendwie selber hinkriegen. Dann würde ich sie irgendwie selber hinkriegen. Ich hoffe, echt das Spiel in Halle läuft um einiges besser als das jetzt gegen Oseo Mai. Hier heißt es eben, alles oder nichts. Da kann man direkt rausfliegen. Oh. Für euch habe ich das allerdings auch. Dann. 40. 40 Mille würde ich mindestens sehen. Obwohl, der Magdelein im Entferntesten Sinne so hoch ist. Da würde ich eigentlich ihn behalten. Aber wer weiß. Wenn wir das Geld von ihm kriegen, dann wird es klar. Irgendwie. Jetzt werden wir schließen. 2 Wochen. gagwinschen. Wir sind jetzt zwar zweitgrößtierste Topspiel. Also das Leipzig Bayern بعern d akuznt hier in den Top spielen gehören. Wunder ich ehrlich gesagt nicht wirklich. und stelle das ergebnis ich würde gerne ein kleid nicht in der zeit wird man deutschland ist die manche die ersten spielten gleichzeitig geht es mir schon mal alle gleich dann schauen also mal würde ich gerne eine freude bereiten darf nur geht aus und und nach der stelle kommt dann er sich nicht erst erst mal raus gerade im einen platz in meiner blüftform also von daher bist du ich bin ein training was machen wenn ich frische oder so bekommen Und wir lassen den Knut sich doch um. hallo aus sie läuft aber jetzt nicht teuer spieleentwicklung Das kann auch noch ein 9% sein. So, wenn wir noch mal die zweite Mannschaft ausbauen. Dann muss ich stellen. Dann. Und dann hier, die Kiefer und die Kiefer. 4 Spieler 1 Tor, 4 Spieler 3 Tore 1 Tor, la mir ja, würde ich einfach eine Sonnebewerbung geben. Und bei uns. Moment. Ist das richtig? Okay, jetzt können wir uns zeigen, dass wir was können. Wir können jetzt gleich zweimal Halle besiegen. Naja, einmal in dieser Woche, wenn wir den Herzen müssen, sondern zwei Mannschaften mit meiner Wahrscheinlichkeit dann gegen Halle ran müssen. Ich kann mir sonst was für das bestellen. Das haben wir jetzt über uns schon im letzten Jahr an der Jugend. Gut, meine Kehl. Verwegen. Allerdings, die muss hier anders sein. Ich kann mir überlegen, dass man die Fleischkolle kommen, die Sonne getragen wird. Ja, wir haben hier eigentlich noch richtige Talente an der Reserve. So alt in der Region, wie gesagt. Ich habe hier ein bisschen viel zu geschafft. Wenn man sieht, wie sieht hier schon mal nicht, dass er in der Sonne geleistet hat. Aber schon. Also, wie kann euch bitte schön 40 Millionen zu viel sein? Ihr habt das Geld auf der hohen Kante. Das muss ich nicht verstehen. Aber gut. Wenn sie nicht mehr haben wollen, kann ich auch nicht die Angebote, sondern ich mache sie ablegen. Und ich würde sagen, dann geht es im nächsten Spiel im DFB-Pokal gegen Halle ran. Und dann würde ich sagen, war es jetzt auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.